Wie kommt er mit Therese ein? Auch der hat sich mordsmäßig weiterentwickelt. Der Juncker Fuchs vergab dem Jahr seine erste Tensur-Ferberprüfung gegangen, hat er gleich auf einen gewonnen. Und für sich gewinnen konnte er auch viele Züchterärzte mit seinem ersten Jahrgang. Teuer empfohlen, die die Einladung zur Hauptprämienentscheidung hier gebracht hat. Dritter in der Hauptprämie. Im vergangen Jahr dieser Lappen. Die Federkraft war natürlich auch nachartgeträgt von seinem Vater, der in Zelle im niedersächsischen Land gespült steht, der siebenjährige Weizbissklasse S oder bis bisher George, hat circa schon mehr oder weniger als der Prämiepiste zu den tollen Spielen gebracht hat. Eine, den idealen Namen der Galokaner dieser Lappen. Das ist ja das nächste Kriterium jetzt für den 5-Jährigen. Das ist ja noch ganz spannend von züchterischer Seite, dass da zwei sehr bedeutende Hannoveraner Muttersprämme in Lavies Mutterstamm vereint werden. Einmal Skolani, der ist den Stamm der Familie Klausen aus St. Höfe. Der bekannten Volga Rune als einer der Stammstunden hervorgegangen ist. Der Stamm der Sportler bis zu den Olympischen Spielen hervorgebracht hat seit 30 Jahren. und in der Spitze des alten Landes beziehungsweise noch weiter nördlich durch den Nordsee auch einer der ganz großen Top-Stämme aus dem Volga Rune hervorgegangen ist. Wir konzentrieren uns aber auf das Produkt einer dieser Stimme. Wir haben einen tollen Linksgalopp erlebt und sehen uns jetzt im Schritt der Laufel. Und hier wieder ins Übertritt im Schritt, klare Schlussfolge. Der 8.1.4. Ein folglich bürgerlicher Sporttest im vergangenen Jahr. Im 40-jährigen Veranlagungstest seit drei Jahren als vier Bester von des Jahres. Er entwickelt. Er entwickelt jetzt den Tag, das wollte ich sagen. La Vie, das Leben will um. Und dann wollen wir schon mal ein bisschen ab und ab und ab und ab. Und dann wollen wir uns aus gewöhnen, wenn es natürlich ein bisschen los geht. Ja, wir pürschen uns wieder an. Theresa liegt auf ihrer Seite. Trainer an ihrer Seite sind auch da. Sie sind einzeln. Kommt, Bundestrainer für den 25 Leiter Deutschlands. Und nun würden wir so ganz bisschen den Arm aus anfangen. Und steigen uns. Applaus Oh, my God, you don't like her. Applaus und man acquistung mich auf anderem für den Flключ. Applaus Begriffe Ja, ich bin ein St. K Tut das. Ja, ich bin ein St. Kofi. Ja, ich bin ein St. Koffi. Bedeutung auf dessen.